Ein kleiner Zimmer umgegangen, das ist die Eingangstür, da ist das WC, sieht so aus und das ist unsere Zelle, da hat es zwei Wetter, da ein Fernseher, ein Wasserkocher, da kann man rausschauen, so und dann ist es das eigentlich schon. Du, just let me go, prison up, prison up, like that I can get you out of my mind. Ich habe einen Style Check, was alleine ist eigentlich. Ich habe vorher beim Eintritt, das ist so ein Wasser, das ist jetzt so ein, was ich mehr... Äh, ich muss noch nicht üben. In einer halben Stunde können wir es wieder einsammeln, Achtung Heiss! So, schau mal, was uns der Gefängniskoch hier hergezogen hat. Alles klar, das ist okay. Yes! So, wie auch so sein, vielsinnigser zu verciplachhood.